Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft World X. Und ja, wir haben jetzt genau Sonntagabend. Ihr seht, ich bin einen Tag später dann als gestern, bis jetzt genau gleich wie gestern. Ja, warum auch wohl? Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu viel Spiel sonst noch. Und ich möchte euch nochmal das Let's Play Abduction, also Herzen legen. Die ersten drei, vier Folgen ein bisschen holprig, was die Steuern anbelangt. Und nachher wird das Spiel nochmal cool und mir hat es echt gefallen. Ich habe es schon durchgespielt. Ich möchte trotzdem euren Herzen in das Let's Play wirklich hammermäßig, hammermäßig. Und wenn ihr euch Ideen habt, trotzdem schreibt es mal Kommentare. Wer weiß, vielleicht habt ihr sogar recht und da könnt ihr euch erst recht bestätigt fühlen, weil ihr es im Vorfeld ja genannt habt. Und ist ja auch was, oder? Dementsprechend seht ihr dann, ob ihr richtig liegt oder doch nicht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Ne, ne. So. Also wir gehen weiter hier. Wir sind noch beim Schlossbau. Natürlich. Wie schon so oft. Und wir werden sehen, wie das jetzt weiter geht. Ähm. Also muss ich hier. Oh Gott, so. Da, 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 da. Jetzt gar nicht hoch, das Bau geht. Wie hoch, denn? Oh, irgendwie wird das bisschen promote. Warte mal kurz. So. So stimmt's. Okay. Ich muss hier kurz mal die Mauer vergrößern. Zack. Ähm. So. Und dann, Replace, nur zu Coverzone. so und ich habe nicht mal verschrieben, ich habe gedacht, ich schreibe mich das bestimmt ok, ich muss kurz schauen, wie weit wir hoch müssen, wir haben noch zwei Blöcke übrig, da kommt die Treppe, eins, zwei, zack, und dann sind es genau zwei, ah ja genau, genau, das war natürlich so wieder, und dann so, ich kann nur eine so hin, die andere so, um wie breit ist denn das dann gleich, ein Kapastone unter mir, ja gut, stimmt schon so, so, ja, passt, würde ich sagen, passt wie angegossen, so, dann geht es unten weiter, hier kommt nochmal das genau dasselbe hin, wie drüben, so, das heißt, wir können die gleich hochbauen, hochbauen, so, und jetzt ist es glaube ich, ja, so, zack, zack, so, und zack, ah, falsch, so, dann kommt hier noch das Dach rein, zwar haben wir Eichenholzbretter, oder Treppen, so, und das kommt dann hier, unten fängt es an, ja, und kommt hier so, so rein, ja, passt doch, sehr gut, so, ich bin überzeugt, dass es nicht hier so los ist unten, tatsächlich ist so, es bleibt so, ok, gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es bleibt anscheinend wirklich so hohl unten, gut, jetzt geht es weiter, und zwar, kommt hier, ähm, Kackelstone, falsch, ich sag, Kackel, ja, Kackelstone, ja, hier kommt Kackelstone, das ist der neuesten Schrei, ich weiß, ob kennt ihr das alle, also wer das nicht kennt, ist er echt, lebt echt in dem Mond, Kackelstone, kennt das wirklich jeder, die neue High-End-Ressource, jeder Piston-Innes kennt das, Kackelstone natürlich, so, schauen wir, wie es um die Ecke hier aussieht, ok, hier um die Ecke sieht es nicht anders, viel anders aus, schön, dann macht er, Time, äh, Time-Setsen, so, wo es dann ins Dunkel wird, macht er wieder hell, so, ja, ja, da hört man die Schafe, Schafe fressen, so, sehr gut, das wäre immer so weit, so gut, seht auch mal, wie breit das Schloss eigentlich wird, allerdings ist noch gar nicht, ist noch nicht lange fertig, und der breite Teil ist noch nicht mal gebaut, stimmt das überhaupt? Ähm, ich bin ein bisschen irritiert, oh oh, habe ich einen Fehler gemacht? hier ist noch ein bisschen irritierend, Moment, muss ich kurz genau begutachten, nein, 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 stimmt schon, ich habe das Gefühl, das täuscht noch extrem, Moment mal, habe ich jetzt wirklich einen Baufehler gemacht? das Bände wäre gravierend, ich glaube, das täuscht nur so, ne, ne, das täuscht nur so, weil das so richtig breit ist, das andere Teil, ok, boah, es ist noch so viel, ey, man hat das Gefühl, man ist bald fertig eigentlich, weil man so, aber irgendwie, äh, ich glaube, wir werden die 100 Folgen auch hinkriegen, ohne Probleme, ähm, ja, gut, ok, warte, wir bauen jetzt mal das Tor hier, fertig, damit wir jetzt mal wieder einen Anhaltspunkt haben, ähm, so, ok, bauen wir was vor hier, fertig, so, zack, und dann, so, so, das stimmt schon mal, 2, ich glaube, es müsste schon stimmen hier, warte, ja, 3, dann können wir oben ein ziehen, und dann, gut schauen, da kommt hier Coverstone, hier Coverstone, so, hier, aber, ich weiß nicht so, weil hier das Tor nicht fertig gebaut ist, 1, 2, 3, und hoch, 1, 2, 1, und dann kommt hier oben wieder eins hin, so, ja, und das alte Spiel wieder, wie wir es ja auch schon x-mal gemacht haben, nach unten verbunden, wie soll es auch anders sein, so, nach unten verbinden, so, voilà, geht doch, ... Ähm, haben wir jetzt Baufehle gemacht? Nein, warte mal, Baufehler nicht direkt, aber hier kommt das hier rein, hier wie ja auch wieder der Ebene, wo das Holz Bomben spielt, so. und so so dann das tor nach oben mit bauern hier auch ebenfalls davor stellen das gras tor aus der epischen legenden okay dann machen wir es so 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 haben wir die wand gebaut nämlich liebe grant hier zu hinkommen hier kommt der holz rein so hier aber eins zu viel ist eins zu wenig okay dann kommt hier die mauer ja genau mindestens da rein so so kurz durch die tür hier verbinden okay dann kommt hier das braunen holz rein so hier ebenfalls so das ist das kleine tor neben kommt gleich noch ein großes tor so dieses tor steht auch mal okay bin ich nur auf der falschen seite wenn ich hier baue ja ich baue gerade auf der falschen seite jetzt so hier drüben sieht das schon mal schlecht aus so dann ich mache ich fahre so viel so 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 ich mache das hier rüber ich mache so einen block jetzt zack und dann aber auch eine treppe so coverstone das geht wieder hoch bis zum verbindungsblock hier so jetzt hier wieder nacht mit zweitrechner so okay dann haben wir hier holz das bis über die zweite linie hoch geht das heißt wir haben ja hier zwei blöcke jetzt so so okay ja klar genau verkehrt hingebaut natürlich so dann kommt hier eine mauer hoch gezogen so so genau bis dahin oder ja genau der block hier verbindet das noch so kann ich das gleich durchziehen hier komplett hier geht so weiter hoch aber an ansonsten kann ich das wirklich so weiter bauen ja das passt mal oder machen wir das kurz hier überall ganz kurz hier leicht riesenfläche weiter gebaut kann ich am ende video euch jetzt wieder demonstrieren wie viel ich heute gebaut habe so ok dann haben wir hier was ganz spezielles ähm äh um die Ecke. Dann geht sie hoch. Hier geht es hoch, dann geht es hoch. Ein Block, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke. Elf Blöcke ist hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und dann kommt eins nach draußen. So. Die gerade Nacht, wir sehen schon, der Mond geht nach unten, der Mond ist Sonn natürlich. So. Und dann haben wir hier drüben, ähm, das ist jetzt, das Fichtenhauts, okay. Eins, zwei, zack. So. War auch zwei, oder? Eins, zwei, ja. Dann kommen hier drei. Eins, zwei, drei. So, dann kommen die Fichtenhauts, mit dem Dreieck angeordnet. So. Ja, natürlich, dann drüben wir das selber wie vorhin. Und natürlich, weil wir jetzt von unten her, oben her bauen. So. Diesen Balker gebaut. Und ich sehe schon, die Folgen zu Ende. Ja gut, wenn ihr sehen möchtet, wie es weitergeht, schaltet unbedingt die nächste Folge an zu Minecraft World X. Die werde ich jetzt gleich noch aufnehmen, damit ich mit der Zeit lasse, dass ich mir so viel Stress bekomme. Ähm, ja, die ganzen letzten Tage, die ganze Obdaction gespielt hat, zwei einige Folgen gegeben, aber auch sehr viel Zeit gebraucht. Und ich möchte nicht, dass die Folgen ausgehen. Oder weil es vielleicht schafft wir es am Frühjahrspät auch wieder für ein Texas Let's Play. Ähm, je nachdem, wie viele Folgen ich von einem Let's Play aufnehmen kann für Server. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.